Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Wir sind wieder mal beim Boss hier, beim guten Sir Alone, 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 keine Ahnung, muss mal schauen, wie der eigentlich heißt. Und wir versuchen ihn ein weiteres Mal und ich versuche meine Taktik möglichst von ihm wegzubleiben. Das Problem ist natürlich jetzt, dass das Ganze auch schon wieder ein Tag her ist, was immer ein bisschen nervig ist. Zwei und drei. Aber mal versuchen, ob wir das nicht hinkriegen. Oh Mist, da hatte ich zu wenig Ausdauer. Bloß nicht der Angriff, alles bloß nicht der Angriff. Och, der zieht zu viel Ausdauer, ich muss aufpassen. Ich habe ihn noch erwischt. Ganz ruhig, Kumpel. So, ich weiß nicht, ich weiß, dass er ab und an noch einen dritten macht, aber ich weiß nicht genau wann. Jetzt nicht, okay. Jetzt macht er nur einen. Okay, Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Das läuft eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Das war eigentlich schlecht von mir, aber es hat irgendwie noch geklappt. Komm schon, komm schon, Junge. Ich darf nicht, ich muss aufhören, die Taste gedrückt zu halten. Oh, das war eigentlich zu früh ausgewichen, es hat trotzdem geklappt. Zwei und drei. Okay, da kommt der dritte. Ah, da war ich zu weit weg, schade. Das läuft eigentlich gerade ganz gut. Da kommt nur zwei. Oh, da habe ich den Schild gerade noch hochgekriegt, ey. Das war haarscharf. Jetzt zwei. Treffer. Und weg, bei dem bloß weg. Also da ist mir egal, ob ich danach den Angriff hinkriege. Da bloß weg. Oh, das war der, okay. Die Musik ist geil, ey. Oh, die kann er jetzt schon? Ich dachte, die macht er erst, wenn er seinen Mega-Move hat hier. Seine zweite Form. Okay, ist mir zu weit weg. Sicher ist sicher. Komm schon her. Ah, Mist, zu langsam. Zack, das war ein guter Treffer. Es war eigentlich zu früh, aber es hat noch geklappt. Das Nette ist, er springt immer weg. Dadurch habe ich die Möglichkeit, auch weg zu bleiben. Okay. Ja, das ist eigentlich einfach auszuweichen, wenn man weit genug weg steht. Okay, der ist neu. Aber der ist eigentlich recht einfach. Shit, da war ich zu langsam. Zwei und drei. Das läuft doch gerade. Aber ich darf nicht zu viel sagen, sonst läuft es gleich nicht mehr, das weiß ich. Und zack. Und zack. Und zack. Solange er sich nicht bufft, ist eigentlich alles gut. Ach, zu langsam. Zack, das läuft doch. Das läuft doch. Shit, zu langsam. Aber da war ich schnell genug. Zack. Genau so muss das laufen, wie es jetzt läuft. Yes. So alone. Das war knapp, aber es hat geklappt. Da habe ich jetzt leider den Block gelassen. Schade, da war ich zu langsam. Den macht er jetzt wesentlich öfter, kann das sein? Oh, da hat er getroffen. Okay, vorsichtig, vorsichtig bleiben. Nur nicht überheblich werden. Okay. Okay. Da war der dritte, den ich schon die ganze Zeit mal erwartet habe. Zack. Und zack. Und zack. Ah, da hätte ich nachher ran rollen können. Ah, da dachte ich, kommt jetzt noch ein dritter. Ich habe noch nicht ganz gerafft, wann der dritte kommt, aber okay. Ich nehme mir die Zeit. Ich nehme mir die Zeit. Da bloß weg. Und in die andere Richtung. Nein, das war... Ich sagte doch, ich nehme mir die Zeit, verdammt. Na komm, ein Treffer noch. Das schaffe ich ja wohl. Und tschüss. Boah, heute beim ersten Mal geschafft. Also manchmal lohnt es sich echt scheinbar. Einfach nur... Ja, mal einen Tag Pause zu machen, habe ich das Gefühl. Oder halt... Also ich meine, der war nicht wirklich schwer. Wenn man weg blieb, sind die Angriffe eigentlich sehr vorhersehbar. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. So, und das haben wir hier. Hier haben wir jetzt einen Thron. Ah, Schmelzerkeil. Der letzte. Der letzte. Und was mache ich jetzt? Ach, jetzt komme ich wieder zurück. Okay, gut. Dann haben wir den Teil auch geschafft. Schön, schön, schön. Ich hätte gedacht, das könnte länger dauern. Aber wir haben es geschafft. Es lief ja dann, wie gesagt, eigentlich ist es ja nicht schwer. Ich habe 213.510... Ach, wisst ihr was? Ich weiß nicht. Ich werde einfach was skillen, glaube ich, damit. Ich weiß ehrlich nicht, was ich damit sonst machen soll. Ich könnte mal... Wobei, wisst ihr was? Ich mache. Ich skill nicht. Ich kaufe was. Ich kaufe einfach was ein. Das ist doch die Idee, oder? Ich gehe einfach einkaufen. Hier, bei dem Typen, der die ganzen Bossrüstungen zum Beispiel hat. Bei dem sollte ich ja sowieso mal Geld ausgeben, also Seelen. Und ehe ich sie verliere, so... Das habe ich, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, das ist ein besseres als das, was ich habe. Silberadler Drachenschild, Doppeldrachengroßschild. Hast du coole Rüstungen, ist die Frage. Ich kaufe einfach mal ein. Komm, Spiegel-Set hier. Spiegel-Ritter-Set. So. Straf-Scher-Schmelzer-Dämonen-Set. Komm, einfach mitnehmen. Ich hab's doch. Ich hab's doch. Hier, hier... Dingens-Set von der... Straf-Rock-Trägerin da. So, und jetzt müsste ich wahrscheinlich warten, bis der sich neues Zeug gekauft hat, ne? Vermute ich mal ganz stark. Ja, gut, okay. Ich habe immer noch sauviel Geld. Ich könnte auch... Moment, wisst ihr, was ich noch machen könnte? Ich glaube, das mache ich. Wie gesagt, ich habe viel zu viel Seelen und ich will die nicht sinnvoll... Sinnlos verlieren. Ich kaufe auf jeden Fall... Hier, guckt mal, das hier. Das Dunkel trifft. Einfach, um's zu haben. Ist das Pate's Schild. Einfach, um's zu haben. Komm, wir hauen jetzt hier ordentlich rein. Wanderhändler. Habe ich den auch getötet? Oder warum hat die das Zeug? Das ist von Akdein hier. Den, den ich getötet habe. Das raffe ich. Aber Wanderhändler? Habe ich den auch getötet? Ich habe keine Ahnung. Gerade kein Schimmer. So, die kaufe ich natürlich auf. Zack. Ich könnte Leuchtkäfer kaufen. Wir haben eigentlich noch dieses eine Tutorial, das ich nicht gemacht habe, ne? Fällt mir da ein. Ach, komm, hier. Fünf Menschenbilder her damit. Wisst ihr, was ich mir von dem Rest kaufe? Ich denke, kein Schling. Für den Rest gehe ich nochmal... Wo war denn das? War das hier? Ja, zerstörte Weggabelung. Ich gehe nochmal zum Kopflosen. Äh, zum Körperlosenkopf. Zum Kopf. Der sollte doch theoretisch was... Weil ich... Wisst ihr was? Ich kaufe mir nämlich jetzt einfach diese Sachen hier. Ich habe jetzt Cola-artiges Harz ganz viel. Das habe ich elfmal. Das brauche ich nicht. So, das Dunkelharz könnte ich noch gebrauchen. Das Magieharz. Aber ich will das Goldharz. Das funktioniert eigentlich bei den meisten ganz gut so. Ich muss mich einfach nur links halten, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht irgendein Vieh. Also ich muss sagen, jetzt vielleicht mal so kurz gesprochen, die Bosse im DLC, zumindest jetzt im zweiten, fand ich sehr gut. Fand ich sehr gelungen, weil diese Bosse meiner Meinung nach so sein oder so sind, wie Bosse sein müssen. Sie hauen zwar ordentlich viel Schaden raus, wenn sie treffen, aber sie sind fair und zwar in jedem Moment. Nicht so wie zum Beispiel, also ich finde, das kann ich an der Stelle ja jetzt mal ganz kurz sagen. Ähm, ich finde, was ich immer schade finde, ist... Da, der hat Goldharz-Tatsache. Komm, hier, kaufen wir zehn Stück. Elf, so, zack. Ähm, was ich immer am schlimmsten finde... Oder nicht immer. Das ist natürlich auch gefragt. Aber was ich an Dark Souls 2 an vielen Bossen so schade finde, ist, dass viele Bosse einfach nur schwer sind, weil es mehrere Gegner sind. Beispielsweise, ähm... Zum Beispiel auch aus dem, äh, aus dem ersten DLC, die komische... Ja, die, die vor dem Drachen kam. Ich hab den Namen jetzt leider vergessen. So, ich glaube, bei Majula verkauft da auch noch jemand so ein Zeug. Ähm, die aus dem ersten DLC. Die ist an sich nicht schwer. Die hat ein paar Magieangriffe, aber denen sind leicht auszuweichen, wenn man sie kennt. Die hat ein paar Nahkampfangriffe, aber die sind an sich auch nicht schwer. Oder hast du noch irgendwas Interessantes? Ähm, aber das ist an sich alles kein großes Problem. Aber wenn die halt Skelette oder Weltstadt beschwört, wird's halt einfach nervig. Und das Problem ist, was ich halt so hasse an mehreren Gegnern, ist einfach, dass man da auch immer so ein bisschen dem Zufall überlassen ist. Weil wenn sich die Gegner gerade günstig oder ungünstig verhalten... Ah, der hat das Zeug. Davon nehm ich auch noch ein bisschen was. Ich weiß zwar nicht, wer das Dunkelheitszeug hat, aber das nehm ich noch. Ich könnte noch überlegen, grüne Blüten. Ach, brauche ich nicht. So, das soll reichen. Ähm, was ich an mehreren Gegnern eben so hasse, ist, dass man auch so ein bisschen eben dem Zufall überlassen ist. Weil wenn die sich halt gerade zufällig gut verhalten, oder klug verhalten, dann hat man in der Regel keine große Chance. Oder, also man hat ne Chance, aber es dauert ewig. Und wenn man... Ja, und dadurch kann man eben, selbst wenn man relativ gut spielt, der Kampf ewig lang dauern. Und es wird dann einfach nur nervig, wie ich finde. Und das muss ich sagen, haben die Bosse halt echt gut gemacht, mal wieder. Also ganz ehrlich, das haben die Bosse endlich mal wieder gut gemacht, die DLC-Bosse hier. Dass es halt ein einzelner Gegner war, klar, der war schwer. Also sowohl Schmelzer-Dämon, als auch Rauchritter, als auch der Sir Alone, Alonne, wie auch immer der nun eigentlich heißt. Der war schwer, ja, oder die waren alle drei schwer, weil die auch viel Schaden gemacht haben. Ja, das gebe ich zu, aber sie waren alle fair. Weil ihr habt es gerade gesehen, zum Beispiel bei Sir Alone, den habe ich vorher zwei oder dreimal nicht geschafft. Andere Seite. Zwei oder dreimal nicht geschafft. Aber jetzt, in dieser Runde, habe ich halt einfach darauf geachtet, dass er mich nicht einmal richtig treffen konnte. Und dahingehend sind die auch fair. Also es ist nicht so, dass die... Jetzt kommt der von der anderen Seite. Ähm, es ist nicht so, dass die, ja, plötzlich Angriffe machen. Die zum Beispiel, oder die man nicht vorhersehen kann. Die sind alle ausweichbar. Und deswegen finde ich die eigentlich recht fair. So, was wir jetzt machen, bevor wir zum dritten DLC gehen, ist natürlich nochmal mit Vendrik sprechen. Denn wir haben eine neue Krone. Ich bin mal gespannt, was er diesmal sagt. Ach, hier kommt wieder beide. Ernsthaft. Das war cool. Erstmal beide daneben gehauen. Ach kommt, ich habe gerade den dritten DLC geschafft. Ach nein, Moment, ich habe was vollkommenes vergessen. Fällt mir gerade ein. Ich habe den dritten DLC noch nicht geschafft. Aber den dritten DLC haben wir bald geschafft. Das mache ich aber gleich zu Ende. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal hier sind, kann ich das auch erst die Sache mit Vendrik zu Ende bringen. Weil der redet ja mit einem, sobald man die Krone hat, meine ich. Aber es gibt natürlich noch eine Sache, die ich jetzt vollkommen vergessen habe. Und die ich natürlich auch noch nachholen möchte. Das werden wir dann gleich tun. Hey, Vendrik, altes Haus. Ich muss mal zu deinem alten Ich quasi. Ich habe vergessen, den letzten Schmelzerkeil einzusetzen. Das habe ich vergessen. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden und jetzt habe ich es glatt vergessen einzusetzen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Vendrik. Ich wollte halt die Seelen erst ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Der Satz kommt mir irgendwie bekannt vor. Flame, oh flame. Sagt das nicht dieser eine Schmied auch immer? Oder was sagt der? Der sagt da auch irgendwas. Glut, oh glut, oder? Auf jeden Fall. Jetzt redet er wahrscheinlich wirklich über den Eisenkönig. Der ist ja in der Lava quasi versunken. Ich bin King of this wretched unravelled kingdom. Ich subdued the giants and claimed their strength. Ah, okay. So that I might step closer to fire. Drang Lake will fall. The fire will fade. And the souls of old will reemerge. With dark, unshackled, a curse will be upon us. And men will take their true shape. Da bin ich ja gespannt, was er mit alten Seelen meint, wen er meint. Wobei, wie gesagt, es gibt ja diese Theorie, dass teilweise die alten Seelen auch immer noch da ist. Wie gesagt, bei der Sünderin habt ihr mir gesagt, dass da dieses Insekt eventuell die alte Hexe sein soll. Wobei ich halt nicht weiß, Hexe von Islet, wobei ich halt nicht weiß, wie die hier rübergekommen sein soll, um ehrlich zu sein. Weil die war ja eigentlich vernichtet. Schon ein bisschen seltsam. Achso, die alten Seelen. Aber die anderen alten Seelen sind ja auch nicht da. Wobei, Nito wurde ja quasi auch wieder erweckt in den drei Typen da. Der Aschennebel schwindet da vorne ist wieder. Ja, weiß nicht, vielleicht kommt das noch. Was er mit den alten Seelen meint. Ich hoffe mal. Gut. Dann jetzt Feder. Und wir machen den letzten, den letzten Schmelzerkeil benutzen wir natürlich noch. Das darf ich jetzt echt nicht vergessen. Das wäre echt traurig, wenn ich das vergesse. Ist da habe ich mich so, wo kriege ich den letzten Schmelzerkeil, wo kriege ich den letzten Schmelzerkeil. Jetzt habe ich ihn und dann auch vergessen. So, dann muss ich da runter. Da sitzt die letzte Typer. Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, die übrig zu lassen, die bei dem anderen Leuchtfeuer, beim dritten Leuchtfeuer direkt ist. Wo man durch den... So, ich weiß nicht, kommt der jetzt schon? Oder kann ich den benutzen, ohne dass einer spawn? Jawohl. Und damit kriegen wir das letzte Stück. So, die Frage ist... Ah, jetzt habe ich die Seele. Jetzt habe ich die komplette Seele. Nadalia gibt es nicht mehr. Wahre Seele von Nadalia erhalten. Nadalia. So, die Stücke sind alle weg. Da. Seele der Aschebraut Nadalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. Im Tanz nahm die Aschebraut eine räuchernde Gestalt an und lockte die Menschen in ihre Residenz. Und so wurde ihr Machtsitz schließlich als der Nebelturm bekannt. Und mit der... Ach so. Auguren. Was ist denn eine Auguren? Ach so. Und da hat die Menschen hier einfach reingelockt. Und deswegen ist hier alles quasi verascht. Jetzt bin ich... Eine Sache würde mich noch interessieren. Eine Sache probiere ich auch noch aus. Und deswegen sind die hier alle verascht. Und hier ist alles voller Asche, weil die natürlich eine Pyromantie-Hexe ist. Und zwar dort vorne, wo wir die Krone gefunden haben. Das sah mir aus wie die echte Nadalia. Ach guck mal, da läuft die Asche sogar runter. Folgen die mir jetzt? Ach du Scheiße. Kann ich hier was machen mit der? Ne. Okay. Bye bye, ihr beiden. Kommen die echt da angelatscht? Na gut, vorher hat sie einfach der Nebel aufgehalten. Na gut, wir haben die große Seele von Nadalia zumindest noch. Damit haben wir das. Und damit müssten wir jetzt aber wirklich alles erledigt haben, was diesen DLC angeht. Das heißt, es bleibt nur noch einer. Dann nähern wir uns doch hoffentlich jetzt auch schon... Also was heißt hoffentlich? Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Hier fehlen mir halt noch die Leuchtfeuer. Ich bin immer noch der Meinung, die sind wahrscheinlich hinter irgendwelchen versteckten Wänden gewesen. Ähm, wo musste ich denn dafür nochmal hin? Hier hin. Zu dem Feuer. Und jetzt muss ich den richtigen Weg finden. Der Weg, der zum Schloss führte, den brauche ich. Und dann müssen wir bald mal wieder gucken. Ja, geht's ja weiter mit der Hauptstory. Hauptstory, wenn man so will. Fehlt ja nicht mehr viel. Hier war das... War das... Ne, hier war das Tor. Hier war das große Tor. Wo wir auch dahinter waren. Wo es dann ja zum nächsten Gebiet weiterging. Genau, da ging's ja dann zu den Drachen weiter. So, komm her. Ach, da war ja noch so ein blöder Armbrustschütz, ich erinnere mich. Oh, die sind One-Hit? Waren die schon immer One-Hit? Wollte mal einen Pfeil parryen. Ich weiß, das geht. Wow, gleich zwei Pfeile. Wobei einem das ja aber auch nichts bringt, ne? Außer, dass man keinen Schaden kriegt. Also wirklich lohnt sich das nicht. So, hier links war gleich einer, meine ich. Da ist er. Der schießt immer gleich zwei Pfeile. Oh, der hat überlebt. Oh, hallo. Hat der einen Piratensäbel? Oh, ich glaub, dem hab ich grad die ganze Ausdauer weggeschlagen. Kann das sein? So, okay. Hier müssen wir langen. Ich glaub, das waren jetzt auch schon alle Gegner. Ich glaub, da unten steht noch ein Geist rum. Ja, da unten steht noch ein Geist rum. Wir wissen nicht, ob ich den umgehen kann. Ich töte ihn lieber. Da unten war auf jeden Fall noch ein Geist, das weiß ich. Hier links muss ich dann irgendwo hoch. Erstmal Geist töten. Stimmt, die konnte man ja nicht anvisieren. Oh, sonst wär's auch ein bisschen sehr einfach gewesen, wenn man die hätte anvisieren können. Weil das ja bedeutet hätte, dass man in dem... Oh. Euer Inventar ist voll. Verdammt. Das ist mir ja noch nie passiert. So. Ich kann das doch nicht zulassen, dass hier einfach was liegen gelassen wird. Wär's ja noch. Euer Inventar ist voll. Ich glaub, das kann ich jetzt auch raushauen, weil ich... Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der letzte DLC irgendwas mit Eis zu tun hat. Ich weiß nicht, wie ich draufkomme, ne? Also... Das ist so ein ganz leichter Hint, glaub ich, gewesen. Beim Schrein des Winters. Ich glaub, da bringt... Aber da könnten mir die ganzen Feuersachen was bringen, die ich jetzt in dem zweiten DLC quasi gefarmt habe. Die ganzen Feuer aufs Schwert machen. Das könnte dann durchaus was bringen. So. Oh, Moment. War's hier immer schon so hell? War das nicht beim letzten Mal übelst verschneit hier? Und ich konnte nirgends lang? Ach, vielleicht, weil ich die weiße Blüte jetzt hab. Kann das sein? Das ist quasi die Freischaltung... Ach so. Man findet hier keine Tür, sondern... Doch, man findet sie. Aber die weiße Blüte schaltet auch gleichzeitig den Schneesturm ab. Oder wie? Also diesmal haben wir aber Schnee. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist diesmal keine Asche. Stimmt, wäre auch ein bisschen sinnlos, wenn sie zweimal Schnee genommen hätten, ne? Fällt mir gerade auf. Das wäre ein bisschen seltsam gewesen. So. Tür zum letzten DLC wird geöffnet. Auf jeden Fall ist der Sound... Ach. Ich liebe das, äh, diesen Schneesound. Ich meine, ich mag ja an sich... Also Schnee ist an sich eigentlich ein bisschen widerlich, muss ich sagen. Bleibt so alles so nass. Also man hat... Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie komisch aus. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, auch wenn es wieder eine relativ kurze Folge ist, aber dann machen wir hier Schluss. Beim nächsten Mal gucken wir uns ganz genau hier an. Und es geht wohl um Lois. Oh Gott. Das sieht nach viel Erkunden aus. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es links auch gar nicht weiter. Aber das sieht nach viel Erkunden aus. Wird auf jeden Fall spaßig. Ich hoffe... Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn die Bosse im dritten, äh, zweiten DLC cool waren, hoffe ich, dass die diesmal nicht ganz so lange auf sich warten und dann nicht alle auf einem Haufen kommen. Weil das ist dann doch ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich, dass sie diesmal vielleicht ein bisschen eher kommen. Und ich würde sagen, wie wir diese Burg betreten, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.